Noch eins, it's Loro, rein geht's. Ich bin Tim! Tschüss! Herzlich Willkommen. Oh mein Gott, ich bin im Intro, Alter, wie geil! Oh, du Trimax hier. Groß, geht raus. Was spielst du da genau? Minecraft. Wer ist denn? Minecraft? Was für ne Modifikation spielt der, holy shit, man. Seit wann kann man bei Minecraft mit so Waffen ballern? Minecraft. Also ich hab da was ganz anderes als Minecraft gerade gehört, Chat. Ihr auch? Die Antwort ist rein, ist rein. Och, Romatra. Ey, das wird so geil, wenn Romatra nächstes Jahr mitkommt. Spaß. Oh man, gute Mucke, Loro. Junge, es ist so krass, wie ich schwitze. Dafür gibt's eine Abkühlung. Mann, Junge, geil! Vierga, Kilian fucking firefight, my man. Bei der EM jetzt waren halt meine Einrufe, die sind halt nicht ganz so gut angekommen. Wo bleibt Ballack? Und halt auch, ich dachte, dass abseits halt ne Spielerposition war, ne? So, ich würde jetzt an der Stelle den Kontakt zu dir endgültig abbrechen, Nova. Tut mir leid. Sowas Dummes hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Ist jetzt nicht so gut eingekommen. Nova Cloud, ihr wollt den Platz. Ne, man, aber Paris ist echt schön. Bist du dumm? Das ist Köln. Das sieht echt richtig schön aus, Bro. Junge, Kevin, du spaßt. Kevin sagt jedes Mal, er hasst Köln. Weil der ist hässlich für... Mann, Doppelmoral. Kevin. Aber das ist Köln. Kennt ihr die? Die werd ich sowas von auf meinem Geburtstag nicht einladen. Dieses Problem, ihr habt ein Doppelkinn, so wie ich. Dann haben wir jetzt die Lösung. Vorher, nachher. Nehmt euch einfach einen Maiskolben. Schleckt euch diesen Maiskolben in den Mund und dann macht ihr folgendes. Tanzverbot als Polizist. Ich bin guter Kopf. Oh. Ja. Oh, macht das Spaß, ich muss Polizist werden. Junge, ich schwör, so sind echte Polizisten. Ja, los. Fahr ein kam, hast du. Holte, danke schön, Kuss, Kuss, Kuss. Hahaha. Ihr seid alle euer Geld los. Yeah. Was fällt dir ein, in der 15er Zone ohne 16 1,5 zu fahren? Warte, fuck, Mann. Haha. Nein, Niek, das geht nicht gut. Äh, nein, nein. I hope we'll never die. Ah! 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 Alter, Karin. Okay, komm, ich drehe dich nicht mehr, ich stehe auf. Ah! Okay, komm jetzt, okay. Komm, ich verzeih dir wirklich. Ich stehe auf, Bro. Ah! 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 Ich bin... Junge, 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 Junge! Ach, Mensch, schau auf! Ja, ich weiß, was ich mir wünsche. Ja, ich habe mir was gewünscht, okay. Ne, muss... Äh... Wir haben ja so ein Video gemacht, äh, für Antonia, äh, wo wir sie alle grüßen, das haben wir gemacht und wir haben nochmal eins privat an sie gesendet, wo wir alle komplett nackt sind, Alter. Und, ähm, wir waren halt super besoffen und haben halt einfach alle nackten Video für Antonia aufgenommen und sie hat uns jetzt überblockiert, also wir haben jetzt keinen Kontakt mehr zu ihr, weil sie das super unangebracht fand. Ja, keine Ahnung. Also, grad ist bisschen schwierig halt, ne? Und mich wie dann solche Typen wie dich an unsympathisch, aggressiv und frauenfeindlich. Vom Bratwurst Uwe 92. Uwe, Uwe, ich bin auch dabei. Okay. Was ist denn das hier? Oh, was ist das? Heilung? This is a fucking joke. Oh! Digga, was? Moin erstmal. Hallo. Ich dachte, du hießt mir beim Flughafen. Wo war der Fahrer? Ja, wir haben einen Fahrer. Was haben wir gestern gemacht? Ja. Wir sind hier wieder auf dem Malta, Digga. Ey, guck mal da vorne, ey. Ich mach mal Backflips und morgen in den Startzutaten. Was? Was? Keine Ahnung, schneiden wir raus. Station 1, Mykonnas. Wir haben einfach Domo entführt. Ey, Powerplatte ist auch mit am Start, Freunde. Hey, Guys. Was? Es ist... Oh, boah, boah. Oh, boah! Ja, ich hab gar nicht mehr. Ja, ja. Du bist YouTuber? Ja. Okay, mein Kind ist ein riesiges Fan von YouTubners. Okay. Okay, chillig, Digga. Kannst du mich jetzt einfach in Ruhe lassen, Bro? Ah, okay, ja. Ja. So, chillige Konversationen gehabt. Ey, dieses Internet auf dieser Insel war so scheiße, Mann. No joke, wir haben einfach sieben Tage alle... Wir haben einfach alle sieben Tage NoFap gehabt. Was hast du hinten unter meinem Post geschrieben? Ähm... Digga, also wir hatten alle so lange NoFap. Nicht, weil wir nicht, ähm... Nicht, weil wir nicht wichsen gewichst haben. Sondern, weil wir nicht wichsen konnten. Weil das Internet so schlecht war. Man hätte sich nur einen runterholen können auf die anderen am Pool. Und das haben wir nicht gemacht. Also, wir haben es versucht, aber wir haben es nicht gemacht. Station 2, wir zünden. Ich komm so gut weg in den Compilations, holy shit, Mann. Ich war wirklich teilweise der Besoffenste. Aber ich hab's, äh, ich hab's, ähm, so smart gedribbelt. Ich hab immer richtig viel getrunken. Aber erst dann, wenn alle schon richtig besoffen waren. Und die anderen waren dann schon so besoffen, dass sie gar nicht mehr filmen konnten, wie ich besoffen bin. Weil die viel zu sehr beschäftigt waren mit sich selber besoffen zu sein. Das ist so krass. Das ist so OP gewesen. Das war so OP. Das war so stark. Holy shit, man. Kann I have some five facts in the chat chat? Chat, 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 chat. Junge, du hast den Stein auf dem Kopf klemmen. Da war ich aber nüchtern, Bro. Das hab ich gemacht, weil ich einfach nur dumm bin. What the fuck? Also, smart big guy, ja? Ich sag's euch, es gibt keinen Clip von mir, wo ich Bier trinke. Null kalt, egal. Null kalt. Hauptsache, das Ding zündet. Ich glaub, wir haben alle ne fucking Psychose, Mann. Ich schwör, ich hab das nachts gehört. Das Lied in meinem Gehirn, obwohl es nicht gelaufen ist. Ich hab ne Psychose gehabt. Bei Gott, bei Gott. Ich höre nur noch dieses Lied. Yo, Leute, ich bin Tim. Und heute... zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja! 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 Da war ich so sauer. Ich bin wirklich der beste Backflipper der Welt. Aber ich hab immer noch einfach diesen scheiß Ohrwurm in meinem Kopf, wo ich nicht mehr tauchen kann. Von Madeira. Wo ich tauchen war. Wo ich diese Entzündung hab. Ohrwurm. Heißt das so? Nein! Äh, äh, äh. Bakteriumwurm. Äh, Bakterium. Ohr. Ohrenbakterium. Hab ich im Kopf noch drin. Ich kann... Das geht nicht. Ich darf nicht tauchen. What the fuck? Sascha, so ne Maschine. Holy shit, Mann. Am Malz. Ach du, guck mal genau hin. Yeah! Boah, Digga, was war das? Was ist die höchste Baumart auf der Welt? Bambus. Red Forest Woodholtz. Bananenbaum, oder? Oder hast du so? Bambute spricht immer aus der Seele, wenn es um Kindheit geht. Danke dir, Digga. Kuss.